Ahoi, ihr liebenswerten Ausnahmefrettchen. Das also ist die, die neue Ausgabe von MyWay Comics, kranke Storys für Gesunde. Ja, noch mehr Konsonanten. Innen drin habt ihr dann die Geschichte, teke vor bist du, denn hier in Köln kann man noch nicht in Kneipen nicht mal draußen sitzen. Das ist also ein bisschen aktueller. Hier haben wir die schöne Geschichte, wenn der Kürbis dreimal jodelt. Ich kann euch das nicht zeigen, denn dann wird man das gesperrt. Da sind Inhalte, sexuellen Inhalts mit drin. Echt jetzt? Da haben wir ein paar Gast da. Ist nur gut zum Beispiel. Ja, es gibt noch Comics in Schwarz-Weiß. Hier haben wir eine Geschichte über den Tod. Oh, hätte ich gar nicht zeigen dürfen. Viel Text, aber das muss auch so sein. Manchmal hat man was zu sagen, da reichen Bilder alleine nicht ab. Ja, ein echter Underground-Comic. So was gibt es immer noch. Es gibt immer noch mehr. Nicht nur Superhelden-Comics. Und ihr habt mal mit Mickey-Maus und immer nur lustige Taschenbücher, lustige Taschenbücher, lustige Taschenbücher. Es gibt auch so etwas Wunderschönes noch. Und wenn ihr jetzt sagt, haben will, haben will, ja, habt ihr gerade hinten gesehen, wie man das bestellen kann, wohin man Geld überweisen kann. Jo, meldet euch. Die nächste Nummer kommt schon nächsten Monat raus. Bis denn, ihr kleinen Frettchen. Ich mag euch.